Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Abracadabra Box von den 257ers. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Abracadabra von den 257ers, das Ganze am 1. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. Ganz schlicht gehalten hier in weiß, grau und grün. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Box jetzt schon nicht und das liegt vor allem daran, dass die aus Pappe gemacht ist. Also es ist keine Box, wie man es normalerweise hat, aus, ja, ich sage jetzt mal stabilem Karton, sondern es ist wirklich so ganz einfache Pappe. Es ist mehr oder weniger so etwas gehärtetes Papier. Das finde ich etwas schade und wie wir auch sehen können, hatte ich schon beim Transport hier was abbekommen. Also das ist schon mal sehr unerfreulich. Naja, gut. Nichtsdestotrotz werden wir uns die Box in ihrem vollen Umfang geben. So, wir schneiden hier mal auf. Und dann kommen wir mal zum Design der Box. Also wie gesagt, Material ungenügend, aber wir haben hier oben einmal den Schriftzug 257ers, darunter Abracadabra. Das Ganze in so einer grünen Schleimoptik. Und dann haben wir hier die Interpreten, die die 257ers hier formen. Nämlich Schniesen, Mike und Keule. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Mann hier wieder dabei ist. Das hat mich sehr gewundert, aber auch sehr gefreut. Denn er war ja die letzten Alben nicht wirklich am Start. War familiär und privat irgendwie, ja, anderes wichtiger. Aber scheinbar hat er jetzt doch wieder Bock mit zu rappen. Und dementsprechend ist er hier mit drauf. Zumindest hier auf dem Cover. Das sieht schon mal gut aus. Dann haben wir hier unten in einem Dreieck Jules. Und es sieht so aus, als würden die drei Herrschaften hier in seinem Kopf herumgeistern. Ja, herumschleimen. Hier unten das Ganze auch in so einer Spinnen- und Schleimoptik gehalten. Auf der linken Seite Abracadabra zu lesen. Rechts lesen wir 2009 bis 2019. Okay. Dann lesen wir hier Du Hurensohn. Abracadabra, Abracadabra, und das wird dann hier immer kürzer. Dann haben wir hier die Beteiligten und einen Barcode. Und hier oben zwei, fünf, sieben. Der klassische Schriftzug. Okay, dann schauen wir mal hinein. So. Ja, von Ihnen weiß. Und der Boxinhalt ist ungefähr so schlicht wie die Box an sich. Denn wir haben hier ein Poster, ein T-Shirt und das Album an sich. Ja, ich muss ehrlich sagen, wenn wir uns an die letzte Box der 257ers erinnern, die keine Box war, sondern mehr so ein Plastikbeutel, dann ist das natürlich eine Steigerung. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mir das nur so erklären, dass die 257ers noch einen Vertrag haben bei Selfmade Records. Und ähnlich wie Kappi damals bei Erstguter Junge noch ein Album rausbringen musste, das hat er dann digital gemacht. Und die 257ers haben scheinbar noch zwei Alben offen gehabt. Einmal Alpaka und jetzt dieses hier, Abracadabra. Und dementsprechend ist die Box oder damals eben diese Plastiktüten-Bundle-Kombination so schwach gewesen. Das ist meine einzige Erklärung. Wenn ihr irgendwie mehr wisst oder es besser wisst, könnt ihr mir das gerne sagen, schreiben. Ja, ich hoffe, dass sobald irgendwie diese vertragliche Geschichte bei Selfmade aufgelöst ist, dass es wieder bergauf mit den Jungs geht. Weil das ist meiner Meinung nach echt traurig. Ja, gut, 257ers, Abracadabra lesen wir hier. Wir haben hier ein reguläres Joulecase. Cover kennen wir bereits. Hier lesen wir 257ers. Auf der Rückseite haben wir wieder 2009 und 2019 stehen. Keine Tracklist und auch kein Barcode. Das liegt daran, dass die Album-CD wirklich nur in dieser Box zu haben ist. Also regulär gar nicht zu kaufen, sondern nur als Box und digital zu haben. Dann schauen wir mal hinein. Wenn ich das Buch da draus bekomme, dann werde ich es euch gerne zeigen. So, aber jetzt. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Infos zum Album. Also wer war daran beteiligt? Wer hat hier mitgewirkt? All das kann man hier nachlesen. Okay, also die Credits sind hier erfasst. Das ist schön. Dann haben wir hier die Tracklist inklusive der Info, wer den Text bzw. wer die Musik dazu beigesteuert hat. Dann haben wir hier Schniesen, Mike und Keule. Das Ganze dann noch hier mit den weiteren Tracks untermalt. Okay, jetzt verstehe ich auch warum 2009 bis 2019. Es war dieses hier, Hokus Pokus Spätzle Edition. Das Debütalbum oder einer der ersten musikalischen Outputs der 257ers. Und scheinbar ist das hier noch als Bonus Album drauf. Deswegen hier nochmal die separate Tracklist. Jawohl. Also, Hokus Pokus und dann passend dazu noch Abracadabra. Bedeutet, wenn ich es richtig verstehe, haben wir dann hier auch zwei CDs mit dabei. Gut, die eine kommt uns schon mal entgegen. Gut, sowas muss ich ehrlich sagen, habe ich bei mittlerweile, glaube ich, um die 800 Unboxings auch noch nie gesehen. Man hat es hier tatsächlich geschafft, dass man hier ein Stück Plastik hier aus der Mitte rausgebrochen hat. Also die CD, ihr kennt das, hat hier in der Mitte dieses Loch. Und das sieht so aus, ich dachte erst, das wäre irgendwie verbrannt worden. Aber, hier ist uns ein kleiner Plastiksplitter entgegengekommen. Bedeutet, der ist hier rausgebrochen. Verstärkt den Eindruck, den ich von dieser Box gewonnen habe. Mangelhaft bis wertlos. So, wir haben die zweite CD. Hier lesen wir 2009 bis 2019. Hier haben wir auch noch einen schönen Plastiksplitter mit dabei. Okay. Gut, also wir haben hier ein Doppelalbum. Dann haben wir ein Shirt. Das ist ähnlich schlicht wie das Album Artwerk hier in weiß und grün. 2009, 2019 lesen wir hier auf der linken Brust. Und auf der Rückseite haben wir dann das Album Cover. Also hier Jules mit einem Ack Gesichtstattoo und den drei Herrschaften, die hier in seiner grünen Gehirnsuppe herumgeistern. Ja, sehr eigenwilliges Design. Wir haben es hierbei zu tun mit einem Gildan Soft Style in der Größe L. 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Was ich euch jetzt gar nicht gezeigt habe, dazu kommen wir nochmal ganz kurz, waren die Features. Fällt mir gerade auf. So, nachdem die ja hier nicht auf der Rückseite des Albums drauf waren. Und zwar haben wir hier auf dem regulären Album, nämlich auf Abracadabra, haben wir hier Features mit dabei. Von Sido. Ich glaube es war noch mehr. Ich glaube es war auch noch Finch Asozial oder so dabei. So, was haben wir hier? Da lese ich leider nichts. Ah doch, hier. Also, KIZ ist mit drauf. Finch Asozial ist mit drauf. Und dann haben wir glaube ich irgendwo auch noch, genau, hier Sido mit drauf. Also, die Features sind ja mal gar nicht so schlecht. Muss man ehrlich sagen. Und als dritten und letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Poster. Und dieses sieht so aus. Ja, ein Poster hier im quadratischen Format. Abracadabra lesen wir hier. Das Artwork, ihr kennt das. Rückseite blank weiß. Also das Ganze ist einseitig bedruckt. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster einseitig bedruckt. Dann das Doppelalbum Abracadabra und Hokus Pokus. Und natürlich das T-Shirt hier in Größe L. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise der Box. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die 257ers unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.